Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf unserem Wanderkanal Strauchs Wanderlust. Heute sind Sarah und ich auf dem Panoramaweg Appleborn unterwegs. Die Tour hat etwa 24 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie die Tour so ist, dann bleibt dran und schaut zu. Musik 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 So langsam kommen wir wieder zum Ende unserer Tour. Die Wanderung hat uns jetzt nicht so gut gefallen. Sie war aber auch nicht schlecht. Das Mango war, wir sind nur auf breitem Weg gelaufen. Schade eigentlich. Man hatte aber auch immer eine schöne Aussicht weit ins Land, muss man auch sagen. Die Beschilderung könnte ein wenig besser sein. Denn an manchen Stellen wusste man einfach nicht, ob es gerade ausgeht, nach rechts oder nach links. Deswegen würde ich ohne Navi diesen Weg jetzt nicht gehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Musik 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 Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Musik 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 wieder zum ende unserer tour die wanderung wie hat sie uns gefallen naja der weg war nur so langsam kommen wir wieder zum ende unserer tour die wanderung hat uns naja